so aufnahme machen mit mikro und all drum und dran kann ich doch machen mit den dingen muss überlegen ist aber mein habe ich mir hier eine software gezogen um aufnehmen zu können weißt du ja bis schon von haus aus dabei hat mit seiner extra kamera gemacht ja und hier habe ich dabei ist schon blöd dass ich vielleicht auch mal sein zu legen das iphone gibt auch so eine aufzeichen software das ist ja das ist ja glaube ich nicht zu tun ja nicht mit pokémon selbst ja das ist vom games launcher eingefügt also man muss ich würde mir bloß so gedacht ich mache flächen brauchen werden wir pokémon waren dann vielleicht ein paar pokémon videos in dem fall mache ich das mal nicht mit aufnahme von dir weil das was werden soll für youtube das ist voll irritierend mit einer echten echten kamera kann man nicht richtig einschätzen muss ist also das kann ich eher einschätzen als wenn ich das jetzt ja nicht bei mir ist genau nicht so gut auch kommt schon ich habe nur noch 90 spiele passiert vor mir mal die trägt da will ich ja gar nicht eingehen bei mir ist voll rot und ich habe nur noch die roten bälle manchmal geht es mir den roten besser bei mir überhaupt nicht mit aufnahme ja häutet sich aus der bibel das ist wie bei sonnenbrand ich muss abgehauen die sagt du weißt schon deine stimme wird mit aufgenommen nimmst du jetzt auf oder was ja ich habe das generische anmonie oder so das kann ich ja dann so zwischendurch mal aufnehmen zwei computer oder so das stoppst noch mal aber das wäre schwachsinn ich würde ja schon gerne ein paar videos machen wollen für youtube von pokémon go dass ich weiß auch sagen ja ich habe es auch da drauf wie alle anderen idioten weißt du und ich nehme sie nicht mit einer zusätzlichen kamera auf komm ich brauche noch ein pokémon pflanze wasser oder feuer das schmeckmark hätte es mir gegeben ich brauche noch was ich brauche auch noch eins und ich brauche noch ein pokémon von typ wetter und ein ei dann habe ich die ganze shitty abgeliefert ich muss noch mal in die arena wieso arena kämpfen aufgabe eigentlich heute wo machen wir morgen morgen ist sonntag ja tippen sie um aufnahme zu beenden ja klar doch ich bin froh dass ich jetzt rausgefunden habe wie das geht werde ich jetzt bestimmt nicht beenden das ist genauso wie blöd wenn du jetzt in der computer gerade hoch fährst und updates kommen bitte scheinen sie am pc nicht aus ja vielen dank du arschloch ich halte nur raus wer dich einschalten will blödes ding ja doch zugemacht und ich glaube da ist es woanders wurde doch gesagt dass die pleite sind du weißt nicht ob irgendein unternehmen das aufgekauft hat wir sind hier zwar eine werkstatt und hier kann man für den ski fahren aber gekauft hat da kaum einer was den ihre größte einnahme war einmal im jahr der fernsehkosten ja und das war nicht mal bei denen wir haben es nur eingezogen naja aber das war der größte umsatz da bin ich für die innerhalb des ladens doch das ja ja aber nicht was überhalten dürfen ja das habe ich ja nicht gesagt es geht darum was überhalten dürfen mehr oder weniger beidene finanzamt sowieso von früh bis abend dreschen und das würde nicht mal ein unterschied bringen wir werden haben wir noch mal hierher gehen einmal in den kleinen fahrrad und einmal in meinen kleinen frage ich mal wie man die luft aufpumpt oder ob er das machen kann für uns und bei meinen frage ich mal nach wie viel mich das gang schaltung einstellen kosten würde du weißt aber schon dass montag vormittag kommt ja 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 vormittag schon ja da muss die nach brand nochmal muss firmenhefte abgeben auch hier wird gekriegt wollen wir uns gleich mit einladen auch nicht schon wieder so ein steinviech die krieg ich doch immer nicht guck mal da ist ein geiler ballon das gute liegt da was sich da dreht also ich schaffst gerade mit der rechte in die kamera zu rennen ist doch aufnahme du solltest du nicht unbedingt erkannt werden oder deshalb und ich kann mich bei kamera nicht wegbewegen weil es ist ja pokémon weg da musst du du dich wegbewegen in irgendeinem links oder rechts ist mir egal ob du raus aus dem bild der toll diese vier aber jetzt geil ein klasse wurf ich hab die aufgabe fertig ein großartiger wurf und ich hab's auf band hier wohl jetzt haben wir es auf der rechten seite wo ein wohlpix gibt es da die doof heute so noch auf band ich habe gekluckt weißt du so wenn du so bald antippst weißt du dann überlegst du dann doch nicht den zu nehmen mit einem anderen fällt er dann einfach runter das ist so sowas für bescheuert aber nicht immer hm das ist wie curveball welcher arschhafte curveball zu machen Colin ah der ist ja mal außer der wertung nö es geht eher um eine community wer schafft denn das wann dort was für eine community die der ich mir auch jetzt mal die vorher aber immerhin es schreiben auch mal andere als immer nur patrick oder philip ja das ist doch mal was na ey moin hast du 22 abonnenten na ey moin na dafür dass ich so unregelmäßig videos bringe das ist echt gut wo kommen wir langsam nein ich hab grad bock um äh pikachu was mit oder ohne hos mit pikapiii hm hm ich glaub da werde ich mir das pikapiii intro davor knallen mit dem pikachu hm komm ich will das ohr haben hab's doch ja ich wo war denn das hier irgendwo hier so hier ja wo bist du ja da wo du auch bist ähm hier war das hm komm hab dich nicht so du hast das schon ja und ich hab's jetzt zum ersten mal ja und ich bin kein dummer Hund ne doch schon manchmal schon weiber ein volk für sich kannst du mal die sieben siegel aus so einer fresse nehmen ich kapier dich nicht ist auch so schön risikoreich ne mit der map naja man kann wenn es schlaue leute gibt die können über die map herausfinden wo ich bin ja gut bei meinem paar abonnenten mach ich mir da auch keine sohn ich glaub kaum dass es einer rauskriegen kann und der heißt wir schon dass er mit stelle ist mhm auch noch naja vorsicht fahrrad von hinten ist ein bisschen doof wenn du beim mikro da antreten willst du ob ich nur beim high end was willst du für ein feuer weißt du nicht wenn ich mit einem high end vor dem high end mikro eine kippe stoppe oder ob ich nur vor meinem handy mikro eine kippe antrenne dann bleibt schon meine gleiche oder und können ruhig wissen dass ich roh auf bin schaut doch kein ne aber man muss es ja nicht direkt am mikro machen oder ja ich weiß darum geht es doch von der zeit her habe ich genau eine folge voll und ich habe jetzt gerade kein pokémon an der stelle ja ist gut schade jo was denn hm preiste dich kleiner klaffer du ich habe es knallrot mit einem normalen ball gefangen ohne irgendwelche spelldefekt manchmal klappt es selten klappt meistens mehr als wenn du den besten ball nimmst aber weißt du was bei mir am meisten klappt wenn ich das fange und es gerade so ne wenn es gerade beim drinnen bleiben ist und ich lange nicht aufs handy gucke bis ich denke alles könnte drinnen sein manchmal meistens klappt es dass ich gerade das fange aber wenn ich auf den bildschirm gucke nicht was auch hilft ist einfach wenn du so machst ich habe es eh nicht 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 und dann hast du es doch ja das ist ja für mich wieder nicht ja ich bitte auch zu verzeihen für die scheiß Tonqualität da wir wie gesagt in der natur sind und ich nutze meine handy handymikro also ich krieg nochmal eine relaxung ja schöne scheiße und ich krieg eine euro in tiefrot ich krieg ich krieg ich krieg wie hieß gleich nochmal dieses komische ding pendelteil da hier vom musik klack 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 ja lol passt doch leute das zittert sich einen ab ich glaube den Vieh ist kalt kann ich mir nicht vorstellen denn wir haben hier wieviel gerade haben wir angeblich nur 27 17 mir kommt vor wie 25 mindestens ich würde dir gerne Bälle schicken aber das geht ja leider nicht mit pokémon sind und her schicken haben sie das geschissen bekommen aber mit einfach mal hier so mal Bälle rüber und überschicken was vielleicht mal am nötigsten wäre das haben sie noch nicht eingerichtet ich habe so viele Bälle ja so teilweise mal fünf rüber schicken das wäre für mich überhaupt keine Sorge mehr da wie ist da leider nicht ich weiß nicht wie ich das machen kann dass du auch aufnimmt gleichzeitig und mein bild und ein bild wird im youtube nebeneinander gezeigt das war die ohne mikro und bei mir mit mikro die wollen wir verarschen ja komm du schaffst ein vogel nicht mal mehr im wasser zu geben und ich wollte dem vogel noch wasser geben und da hatte ich so ein arer das scheißblöde kötervieh holt mir das scheiß die von der stange der durfte bei mir frei durch die gute fliegen dauerhaft von früh bis abend komplett durch 24 7 bloß ein saß komme ich eben da liegt das wieder auf dem boden und meine kamera hat es aufgenommen dass das scheiß wie mein scheiß köter das wie von der stange gewollt hat haben wir wieder schöne scheiße da waren wir 600 euro im wind geschossen natürlich habe ich den hund leider ist ja klar ein bisschen doofheit muss doch sein wenn wir schon in unserer minecraft videos keine großartige doofheit haben sondern nur andauernde verrecker da kann man jetzt draußen ein bisschen doof sein oder ich glaube der ton der ist sowas von scheiße ja jetzt so am ende ja naja was solltet ihr verstehen man versteht uns noch ein bisschen wird schwer jetzt quatsch ich auch ein bisschen lauter das ist doch mega ob jemand weiß ob ich für youtube-videos mache hallo ich bin noch im internet-phänomen noch zum glück weiß ja wie lange wenn auch eine schwache Nummer mich mit in irgendein Foto oder Video mitbringt Jo ich werde auch noch schneller fahren du Arsch und gehen in die nächste Latane wickeln ja ich komme gleich so ich wollte gerade sagen hier was hier sich befindet an der Stelle hier zu meiner Rechten ist ne Tanke wenn die Kippen brauchst dann geh da hin oder früh ist dein Kaffee ja da werde ich hiermit auch dann das Video mal das Ende entgehen lassen oder mal schauen wir mal das nächste Video folgt kommt auf einmal nicht Lust auf den Button da auf mein Handy zu drücken wenn ich sag dir ginge, wirst du es da oft machen ja, wäre vielleicht nicht schlecht mein der Klient dabei ist aber scheiße ich will keine Sau wissen was er fängt so naja dann lass mir mal ein Daumchen da nebenbei vielleicht vielleicht und dann tschüssikof und bis zum nächsten Mal oder? mhm passt auch und dann sind wir raus tschau 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 tschau